Hallo, heute mal ein etwas anderes Videoformat als die bisherigen Videos. Und zwar habe ich mir gedacht, heute ich mache mal so ein ganz typisches Rant-Video, wie mein Name ja eigentlich suggerieren würde. Das heißt, kein Skript, wahrscheinlich viele Pausen, viele Füllwörter, Gedankensprünge, keine großartigen Belege, einfach frei von der Leber weg erzählt. Und warum mache ich das eigentlich? Es geht um ein Thema, bei dem ich eigentlich nur schwierig ein Skript schreiben kann oder ein Video vorbereiten kann. Weil das relativ, ja, wie soll ich sagen, das ist relativ unklar und uneindeutig. Das sind mehrere Sachen, die aufgetreten sind, hauptsächlich über Kommentare, die ich bekommen habe unter meinen YouTube-Videos. Hauptsächlich negative Kommentare. Ich bin natürlich immer sehr froh über alle positiven Kommentare und ich bin auch sehr froh über diese große Anzahl an positiven Kommentaren. Aber, wie es ja so oft ist, bleiben die negativen Kommentare einem eher im Gedächtnis. Und es ist teilweise schon sehr witzig, was einem da so entgegengebracht wird. Als Gegenargument zu den Sachen, die ich in den Videos bespreche. Und ich habe mir die Kommentare hier mal zurechtgelegt und werde die einfach mal vorlesen bzw. kurz darauf eingehen und auch die dann einblenden später im Video, wenn ich nicht allzu faul sein sollte. Und das kurz besprechen, was eigentlich in diesem Kommentar gesagt wird und was mir da eigentlich vorgeworfen wird. Ich möchte dazu nochmal sagen, es ist nichts, dass ich denke, diese Kommentare haben mich so zutiefst verletzt. Auf gar keinen Fall. Ich finde es eigentlich eher amüsant, was da teilweise so kommt. Und ich freue mich auch immer, vor allem auch kritische Kommentare zu lesen. Ich würde mir nur manchmal mehr wünschen, es wäre konstruktive Kritik, die sich auch mit den Inhalten auseinandersetzt, die ich da so bespreche. Und nicht hauptsächlich aus Scheinargumenten zu bestehen, die entweder meine Präsentation angreifen oder meinen Sprechstil oder die Verwendung meiner Sprache. Es fehlt nur, dass ich als Cis-Hetero-Mansplaner dargestellt werde, was mich auch nicht wundern würde, wenn ich mir überlege, was vor kurzem so auf Twitter mit diversen Persönlichkeiten abging. Genau, das ist so die generelle Idee. Das heißt, das Video wird wahrscheinlich ziemlich lang werden. Es wird ein paar Cuts geben, ein paar Schnitte geben, wenn ich allzu sehr aus dem Sprechen rauskomme, wenn ich zu viele Pausen mache oder komplett gedanklich abdrifte. Aber, ja, genau, das wäre schon der erste Schnitt, der hier eigentlich rein müsste. Die Grundidee ist, ich rede einfach, schreibe mir vorher nichts zurechtgelegt und mal gucken, was draus wird. Ich hoffe, es funktioniert. Gut, also, ich habe hier mal einen ersten Kommentar, den ich mir gespeichert habe. Der wurde komischerweise gelöscht. Also, die Person, die mir diesen Kommentar geschrieben hat, ich glaube, das war unter dem Video über den Freakadelic mit, warum wir Feminismus nicht brauchen. Und der Kommentar lautet folgendermaßen. Ah, da haben wir mal wieder so einen, der die Definition nicht kennt. Feminazi ungleich Feminist. Wenn du dich als Feminist bezeichnest, heißt es nicht, dass du einer bist. Du hast nur über Feminazis geredet. Übrigens finde ich das mit dem, es gibt nur zwei Gender nicht, wenn ich google. Sex ungleich Gender. Deine Intoleranz macht mich krank. Ja, ähm, wo soll ich da überhaupt anfangen bei diesem Kommentar? Es ist, äh, also erstmal ist der, besteht ja die, ähm, die Annahme, dass ich eine Unterscheidung gemacht habe, eine Unterscheidung gemacht habe zwischen, ähm, Feminazis und Feministen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gemacht habe in dem Video. Ich habe, glaube ich, überhaupt gar keine Definitionen verwendet. Ich habe mich konkret an das gehalten, was, äh, der Freakodellic gesagt hat in seinem Video. Und habe die Argumente analysiert und kritisiert. Und das ist eigentlich generell die Vorgangsweise, die ich bei meinen Videos, ähm, mache. Das heißt, ich schaue mir an, was sagt die Person, schneide diese Argumente möglichst im Kontext zurecht, fasse die als einzelne Aussagen zusammen, sodass sie auch wirklich analysierbar sind und kommentiere dann, was ich davon halte. Und ob ich das in irgendeiner Weise schlüssig finde, ob ich es gut belegt finde, ob da logische Fehlschlüsse drin sind, ob das irgendwo berechtigt ist, was da gesagt wird. Und alles, was ich kritisiere, bezieht sich auf das, was in den Videos gesagt wird. Und das habe ich auch ein paar Mal schon mitbekommen, dass mir dann gesagt wird, also nicht unbedingt als Vorwurf, sondern gesagt, okay, ja, du hast jetzt darüber gesprochen, dass irgendwie, wenn ich hier Zahlen kritisiert habe und so weiter, nach dem Motto, ja, der wird jetzt doch hier gucken können und das steht dann dort und dort. Das mag ja alles sein, aber ich beziehe mich auf das, was in dem Video gesagt wird. Das heißt, wenn jemand in dem Video sagt, 97 Prozent aller Vergewaltigungen sind Dunkelziffern, also werden nicht angezeigt und nennt keine Quelle, dann ist es ein schlechtes Argument. Also das ist eine Aussage, okay, da kann man jetzt sagen, ja, gut, glaube ich oder glaube ich weniger. Aber wenn ich das prüfe, also kritisch betrachte, dann kann ich diese Aussage nicht ernst nehmen, weil sie wird nicht belegt und diese Aussage erfordert auf jeden Fall ein hohes Maß an Glauben, um der, ja, ein hohes Maß um Glauben, um diese Aussage als richtig einzustufen. Und wenn meine Aufgabe ist, ein Argument kritisch zu betrachten, dann kann ich nicht einfach sagen, ja, okay, das nehme ich jetzt mal so hin oder ich mache den Laufweg für die Person, die das Argument macht und suche mir jetzt selbst die Quellen dafür raus. Die Person im Video möchte ja ihre Meinung verbreiten und andere überzeugen. Und wenn sie das nicht macht, indem sie ihre Aussagen belegt, dann weise ich darauf hin. Und offenbar finden einige Leute das ein bisschen problematisch, um mal dieses schreckliche Wort zu verwenden. Aber ja, ich habe in diesem Video auf keinen Fall irgendwelche Definitionen vorgegeben. Ich habe keine Gruppeneinteilung gemacht in Feminazis und Feministen. Das wird mir jetzt von diesem Kommentator unterstellt. Gut, wäre interessant gewesen zu wissen, was denn diese Person als Feminazi bezeichnet. Das wird auch nicht so wirklich klar. Wir wissen ja nicht mehr, was ein Feminist ist. Beziehungsweise wir haben kein objektives Kriterium darüber. Jeder kann sich als Feminist bezeichnen und hat andere Ideen darüber, was es heißt, ein Feminist zu sein. Das heißt, wenn ich sage, ich bin für die Gleichberechtigung der Geschlechter, was ich de facto bin. Und der Punkt liegt hier ganz klar bei Gleichberechtigung und nicht Gleichstellung. Dann kann ich mich als Feminist bezeichnen. Das würde jetzt aber zum Beispiel, ja, Pink Stinks, diese tolle NGO, würde das vielleicht anders sehen, da die ja offensichtlich eher über Gleichstellung reden. Die würden dann denken, ja, okay, Feministen sind diejenigen, die die Gleichstellung der Geschlechter fordern. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt einfach keine klare Definition und ich habe hier auch keine Definition vorgegeben. In dem Video gab es keine Definition, keine Unterscheidung. Also ich verstehe nicht, was die Kritik hier sein soll. So. Nächster Punkt. Ja, es gibt nur zwei Gender. Es gibt nur zwei Gender, finde ich nicht, wenn ich google. Okay, das war auch eigentlich eher ein Witz, dass dieses Bild von der Google-Suche, das findet man so natürlich nicht. Man findet keine eindeutige Antwort darüber, weil es davon abhängt, wo man schaut. Und wenn man sich zum Beispiel eine sozialwissenschaftliche oder soziologische Definition anschaut, dann wird man eine komplett andere Antwort finden. Vor allem, weil die Person hierher von Gendern spricht. Und es geht ja um Geschlecht, also das biologische Geschlecht. Weil das ist ja auch noch ein ganz anderer Punkt, dass dieser Begriff Gender zumindest im Englischen verwendet wird, um etwas ganz anderes zu beschreiben, als es im Deutschen bedeutet. Im Englischen haben wir die Unterscheidung zwischen Sex und Gender, wobei Sex als biologische Geschlecht meint und Gender das soziale Geschlecht, in Anführungszeichen. Das ist aber kein Fakt. Das ist eine Theorie. Die ist mehr oder weniger gut belegt. Aus meiner Sicht eher weniger gut belegt. Ich bin nicht der Meinung, dass man diese Trennung machen sollte. Also ich sage nicht, dass man sie nicht machen kann. Man kann diese Trennung gerne machen. Man kann theoretische Ansätze machen, das eigentlich ziemlich häufig in der Wissenschaft, dass man natürlich versucht, einen Rahmen zu stecken. Man macht das ja schon allein schon bei Fachgebieten. Also man kann immer, es gibt dieses tolle Argument, dass man sagt, im Endeffekt ist alles Mathematik. Oder alle biologischen Vorgänge sind in der Chemie enthalten, alle chemischen Vorgänge sind in der Physik enthalten. Das heißt, man müsste ja eigentlich nur Mathematik studieren, weil mit der Mathematik kann man alle physikalischen Sachen beschreiben und so weiter und so fort. Man bekommt natürlich Probleme, wenn man das immer weiter fasst. Dann kann man spezifische Probleme nur noch sehr, sehr schwierig umranden und bearbeiten, wenn man immer alles bedenken muss. Das heißt, es ist völlig normal, dass man in der Wissenschaft versucht, sich Teilaspekte rauszusuchen, um die dann einigermaßen isoliert zu betrachten und dann damit Probleme zu lösen. Das ist mal nicht schlimm. Die ganze Wissenschaft besteht genau aus diesem Vorgängen. Die Frage ist jetzt, macht es Sinn, Geschlecht und das soziale Geschlecht zu trennen? Also Sex und Gender. Das sehe ich nicht so, weil man müsste zuerst einmal eine Begründung haben, warum das wirklich zielführend ist, diese Trennung zu machen. Diese Theorie geht ja davon aus, also wahrscheinlich bekomme ich dann wieder Kommentare von anderen Leuten, die sagen, nee, das ist nicht so, weil ich bin nun mal auch kein Soziologe. Aber, wie ich es verstehe, ist es so, dass die Theorie aussagt, dass das soziale Geschlecht hauptsächlich aus zum Beispiel Geschlechterstereotypen besteht. Also erlerntem Verhalten, was einem die Gesellschaft vorgibt und worin wir als Menschen reinwachsen, entweder Mann oder Frau und uns wieder dementsprechend verhalten und dann bestimmte Verhaltensweisen annehmen und so weiter und so fort. Und dazu gehören eben so Sachen wie Mädchen mögen pink, Jungen mögen blau oder Jungen interessieren sich mehr für technische Sachen oder für Mathematik und Physik und Computer, während Frauen sich eher für soziale Themen interessieren, für zwischenmenschliche Beziehungen. Und, ja, für Klamotten und so weiter und so fort. Also alle Sachen, wo man dann typisch sagt, okay, es ist ein Stereotyp, das sind alles Verhaltensweisen, die sind jetzt nicht angeboren, weil da gibt es keine biologische Grundlage für, sondern das wird sozialisiert. Jetzt kommen wir dabei an ein Problem, weil natürlich könnten wir jetzt, wenn wir gar kein Vorwissen hätten, dann könnten wir sagen, ja, das kann man vermuten. Aber wir wissen aus empirischen Studien, dass es Geschlechterunterschiede gibt und zwar auch in sehr, sehr jungen Menschen, also in neugeborenen Kindern, in unseren nächsten Verwandten. Und diese Unterschiede sind nicht erklärbar mit einer Sozialisation. Dass sich zum Beispiel neugeborene Jungen häufiger mit zum Beispiel eher technischen, also mit einem Auto oder mit einem Ball zum Beispiel, beschäftigen, tendenziell als mit einem typisch weiblichen, also mit einer Puppe zum Beispiel, kann man nicht erklären, dass das Kind irgendwie, dass es dem Kind beigebracht wurde. Zumindest ist mir nicht klar, wie man das erklären möchte damit. Und das Gleiche finden wir zum Beispiel bei Rhesusaffen, die sowohl auch, wenn sie klein sind, also neugeborene Rhesusaffen, oder auch später einen sehr starken Geschlechtsthemophismus aufweisen und zwar nicht nur im Aussehen, sondern auch im Verhalten. Das heißt, dass da selbst die männlichen jungen Affen häufiger mit Autos spielen, während die weiblichen Affen tendenziell häufiger zum Beispiel zu einer Puppe greifen. Und wenn wir diese empirischen Daten haben, wir wissen, dass es diesen Unterschied gibt, wir wissen, dass es eigentlich, also unser aktueller Wissensstand ist, es kann nur erklärt werden mit einem biologischen, angeborenen Unterschied, der zum Beispiel durch Hormone ausgelöst wird, da wir unterschiedliche Hormonkonzentrationen haben in Männern und Frauen. Wir wissen, dass diese Hormone Auswirkungen haben auf die Neuroplastizität, also die Verbindungen im Gehirn, die Netzwerke, die sich verschalten. Dann ist die Theorie, die besagt, dass Verhaltensweisen ausschließlich erlernt sind, die ist vollkommen, also die wird damit negiert. Sie kann nicht korrekt sein. Das heißt, man könnte jetzt sagen, okay, die ist komplett falsch, ab in die Mülltonne und nochmal von vorne anfangen. Das würde ich eigentlich bevorzugen. Aber gut, ich bin kein Soziologe, ich habe da auch kein Mitspracherecht dahingehend drüber. Das heißt, ein Kompromiss wäre, ja, wir sehen ein, da gibt es offenbar mehr, als wir bisher bedacht haben in unseren Theorien. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, biologische Voraussetzungen mit einzubeziehen. Wenn wir versuchen wollen, Geschlechterdynamiken zu erklären, in bestimmten Kulturen, wie, warum da Frauen bestimmte Rollen haben, warum Männer bestimmte Rollen haben und warum es eben in manchen Gesellschaften viel extremere patriarchale Strukturen gibt, während andere relativ gleichberechtigt sind und warum selbst in gleichberechtigten Kulturen sich die Geschlechterstereotypen immer noch extrem halten. Das heißt, man kann das nicht mehr nur mit dem sozialen Geschlecht, also rein mit der Sozialisierung erklären. Man muss biologische Grundlagen mit einbeziehen. Und da kommen wir gleich zum nächsten großen Fass. Ich merke schon, ich bin hier bei einem Kommentar und rede ewig lang. Ich glaube, ich muss das ein bisschen abkürzen. Jetzt muss ich auch ganz kurz einen Schluck von meinem Kaffee trinken. Einen kleinen Moment. Ja, wo war ich? Richtig. Für diese Theorien muss man einfach langsam einsehen. Das machen auch einige Sozialwissenschaftler. Das wird ja gemacht. Das ist ja immer das Problem. Auch bei diesen Videos, die ich mache, die andere machen, es wird immer so dieses extreme Bild vermittelt. Also immer dieses, oh mein Gott, das ist alles schlecht, das ist alles scheiße und die ganze Forschung ist Bullshit und alle Leute, die das vertreten, alle Feministinnen oder Feministen sind dumm und haben keine Ahnung und sind irgendwie ideologisch verbohrt und so weiter und so fort. Das stimmt ja nicht. Und das ist natürlich ein Punkt, den ich weiß, dass das natürlich rüberkommen kann, wenn ich ein Video mache oder auch andere ein Video machen. Aber man muss sich mal bedenken, das Video soll ein Argument ohne Argumentation rüberbringen. Das heißt, das Argument muss stark sein, das Argument sollte möglichst keine Schwäche zeigen, in Anführungszeichen. Das Argument sollte an sich durchsetzungsfähig sein. Wenn ich jetzt anfange und sage und alles relativiere, wenn ich anfange zu reden und mein Argument aufbaue und alles relativiere und sage, ja, aber es ist nur so und so so und manchen Leuten ist es nicht so und man muss es differenziert sehen, ist wichtig, aber man muss immer bedenken, dass man damit auch seine eigene Argumentation einfach kaputt macht und dann nachher auch nicht mehr überzeugen kann damit. Wenn man schon während man das Argument aufbaut, Zweifel streut darin, dass man eigentlich selber gar nicht weiß oder nicht so genau weiß, worüber man spricht oder es einfach so viele Grauzonen gibt, dass man die vielleicht gar nicht so wirklich erfassen kann. Das muss nicht stimmen, aber dieses Gefühl kommt einfach rüber, wenn ich eine Argumentation aufbaue, die schon von vornherein defensiv ist und Schwäche zeigt. Und das ist ja genau, was ich nicht möchte. Ich möchte ja meine Idee rüberbringen und zwar so stark und durchsetzungsfähig wie möglich. Und die Aufgabe ist es dann von anderen Personen gegen meine Argumentation, ohne Gegenargumentation aufzubauen. Nur so kommen wir ja voran. Wenn ich das andersrum machen würde, dann würde ich entweder niemanden erreichen oder ich würde einfach gar keinen Punkt machen können, weil ich mich letztendlich selbst schon in Grund und Boden relativiere und dann einfach gar keine Aussage am Übrigen bleibt am Ende. Das heißt, ich erwarte einfach von den Zuschauern, dass sie in der Lage sind, meine Argumente genauso kritisch zu betrachten, wie ich andere Argumente kritisch betrachte und daraus soll sich an diesem Diskurs ergeben. Es geht nicht darum, dass jeder sich selbst schon so in Zweifeln wiegt, dass man überhaupt gar keine Konversation zustande bekommt. Genau, aber jetzt sind wir schon wieder abgedriftet. Genau, also worauf will ich eigentlich hinaus? Der Punkt ist, dass es leider immer noch sehr oft in den Köpfen einiger Personen drin ist und vor allem ist es nicht unbedingt drin in den Wissenschaftlern, also die Leute, die wirklich daran arbeiten, sondern es sind den Leuten drin, die diese wissenschaftlichen Ergebnisse nutzen wollen, um ihre eigene politische, ideologische Agenda nach vorne zu bringen. Und das klingt jetzt immer gleich so, als wäre ich Teil der identitären Bewegung, das bin ich nicht. Das ist letztendlich eine ganz eindeutige Beschreibung davon. Es gibt Personen, egal ob sie politisch rechts, links, wie auch immer sind oder ob sie eine ganz bestimmte politische Bewegung nach vorne bringen wollen, dazu gehören Feministen. Die möchten natürlich ihre Ideen gehört haben, die möchten, dass ihre Ideen als valide anerkannt werden und deswegen nutzen sie eben Forschung, die für ihre Ideen spricht. Leider ist es oft so, dass dann diese Ideen ausgeblendet, oder die Ergebnisse ausgeblendet werden, wenn sie den eigenen Ergebnissen, oder die Ergebnisse werden ausgeblendet, wenn sie den eigenen Ideen nicht entsprechen oder sogar widersprechen. Und da ist ja auch der kritische Ansatzpunkt, den ich jetzt zum Beispiel verwende, dass ich sage, okay, ich höre mir die Argumente an und das sind ja auch keine Wissenschaftler, die ich adressiere. Das sind ja meistens sehr junge Leute, die auf YouTube versuchen, die Ideen, die sie gesammelt haben in ihrem Leben bisher, ja, aus persönlichen Gründen oder weil sie davon einfach überzeugt sind, nach außen zu tragen und dann Leute ebenfalls zu überzeugen mit dem, was sie sagen. Und dazu nutzen sie natürlich wissenschaftliche Daten. Und wenn sie nur eine Statistik heranziehen, wo sie sagen, hey, so und so viele Prozent bekommen Frauen weniger an Gehalt und so weiter und so fort, das sind alles wissenschaftlich erhobene Daten. Kann man sich jetzt darüber streiten, wie gut oder schlecht die sind, aber es sind wissenschaftliche Daten. Und die werden nicht kritisch hinterfragt, die werden nicht, da wird nicht drüber nachgedacht, okay, kann diese Zahl überhaupt stimmen, sondern die wird aufgegriffen, die wird wahrscheinlich in irgendwelchen Artikeln mal verwendet, dann lesen das die Leute und die interessieren sich auch überhaupt gar nicht dafür, woher kommen die Daten, wer hat die erhoben, wie wurden die erhoben, was sagen die eigentlich aus und das wäre eigentlich Aufgabe der Journalisten, aber da wissen wir inzwischen auch schon, da wissen wir inzwischen auch schon, dass das im Prinzip schon lange nicht mehr so ist, dass wir da investigativen Journalismus haben, der wirklich detailliert über bestimmte Themen spricht, sondern da wird halt eher auf die Schlagzeile geguckt und diese Ideen werden dann aufgenommen und in das eigene Weltbild übernommen und vor allem dann, wenn es dann in das eigene Weltbild reinpasst, sogar noch viel mehr angehäuft, während andere Aussagen, die ja nicht so ganz reinpassen, die das Bild so ein bisschen verzerren könnten, ein bisschen unklarer machen können, ja die werden ausgeblendet und das ist da, wo ich jetzt ansetze und ich sage, okay Leute sind zumindest so bereit zu sagen, das ist meine Meinung und ich bin da so gefestigt drin, dass ich da ein Video drüber mache und Leute mit erreichen möchte. Ob das jetzt wirklich der Grund ist oder ob das einfach nur so eine, ja mir ist langweilig und ich mache jetzt mal ein Video über ein Thema, was mich interessiert, ist ja vollkommen zweitrangig. Der Punkt ist, es geht an die Öffentlichkeit damit und YouTube ist öffentlich und setzen sich damit in den öffentlichen Diskurs und das ist der Punkt, warum ich überhaupt anfange und mir diese Argumentation vornehme und kritisiere. Und wenn dann Daten verwendet werden, die eindeutig mit einem kurzen Nachprüfen oder auch mit einem längeren Nachprüfen als falsch sich herausstellen, dann bin ich der Meinung, dass es eine vollkommen legitime Form der Kritik ist und umso mehr überraschen mich dann diese Kommentare, die ich hier lese, weil es dann entweder auch Leute sind, die genauso in der ideologischen Schiene sind und das nicht, die kritische Prüfung nicht sehen wollen, das wäre der erste Punkt, okay, sie wollen nicht wissen, dass es vielleicht falsch sein könnte oder sie wissen das vielleicht oder denken das und möchten das natürlich dann trotzdem auf eine andere Ebene schieben. Also dann wollen sie nicht auf der Faktenebene drüber reden, sondern sie wollen dann auf einer emotionalen, persönlichen Ebene drüber reden und genau dieser Kommentar gibt das ja im Prinzip wieder. Also hier wird ja überhaupt nichts Inhaltliches angesprochen. Hier wird behauptet, ich hätte diese Unterscheidung gemacht, hier wird irgendwie darauf eingegangen, dass es da einen Unterschied gibt und dass ich, das wird auch nicht hinterfragt, ob das überhaupt korrekt sein könnte, dass es biologisches Geschlecht und soziales Geschlecht, ob das wirklich so ist oder, also da wird ja nicht mehr darauf eingegangen oder man sagt, okay, es ist so und das ist de facto nicht so, darauf bin ich ja eingegangen in dem Video und er hätte ja die konkreten Punkte, die ich angesprochen habe, aufgreifen können, hat er nicht gemacht. Für ihn ist offenbar klar, es gibt es, es gibt diese Trennung und die ist eindeutig, die wird auch nicht hinterfragt, die ist faktisch gesichert und dass ich da überhaupt was gegen sage, sagt jetzt endlich und damit schließt er ja seinen Kommentar, dass ich intolerant bin und das macht ihn krank. Ja, gut, ich sehe jetzt nicht, wo ich da die Intoleranz erkenne, das wundert mich doch sehr. ich habe mich nämlich nicht intolerant gegen irgendjemanden geäußert, ich habe einfach nur die Faktenlage dargelegt und daraus eine Argumentation gebaut und wenn man damit nicht einverstanden ist, dann freue ich mich über konstruktive Gegenkritik. Das wurde aber hier auch mal versäumt und die Person hat natürlich dann nicht aufgehört, dann kam noch ein Kommentar, ich würde jetzt einen langen Kommentar darüber schreiben, wie dumm und sexistisch dieses Video ist, aber ich will einfach nicht mit solchen Leuten wie dir kommunizieren. Ja, wunderbar, da wird der Geist dieser Person dann doch recht deutlich. Ja, ist im Prinzip einfach ein Argumentum und Dominum, also du bist dumm, du bist sexistisch und ich könnte darüber richtig viel schreiben und könnte dich wahrscheinlich argumentativ komplett auseinandernehmen, aber ich will einfach nicht mit Leuten wie dir kommunizieren. Also schon diese Einteilung nach dem Motto, ja, ich weiß, du gehörst zu dieser Gruppe an Personen, die nicht genannt wird, wahrscheinlich meint er Antifeministen oder Trolle oder Rassisten oder Sexisten, wie auch immer, irgendein Label, was er mir jetzt offenbar aufgedrückt hat und das macht die Welt natürlich einfach für ihn. Er muss sich überhaupt nicht inhaltlich mit mir auseinandersetzen und er muss sich auch nicht selbst die Frage stellen, ja, liege ich denn überhaupt richtig oder hat der vielleicht einen Punkt? Er kann einfach sagen, hey, ich erkenne hier was, wo ich sofort sehe, diese Person gehört zur Gruppe X und Gruppe X ist schlecht und deswegen ist die Person auch schlecht und weil ich weiß, dass alles, was die sagen, dann entsprechend ebenfalls schlecht ist, habe ich automatisch gewonnen. Also ich muss nur nochmal klären, warum, also im Sinne von du bist dumm und sexistisch und bist Teil der Gruppe und das reicht aus. Damit ist das Argument offenbar geregelt. Und ich wundere mich halt immer, wie solche Personen durch ihr Leben gehen. Also ich hoffe einfach mal, dass die Person hier das nicht überall so macht, sondern bei Themen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt so persönlich werden für die Leute, also vielleicht Themen, wo sie ein bisschen distanzierter darüber reden können, dass das dann ein bisschen anders behandelt wird, weil sonst sehe ich sehr schwarz. Also sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie so jemand überhaupt überleben kann, ohne sofort einen Herzinfarkt zu bekommen, wenn sie vor die Tür gehen oder einen Telefonanruf bekommen, dass da jemand mal nicht ihrer Meinung ist. Interessant wird es vor allem dann, wie diese Personen mal an den Punkt kommen, wo sie mit anderen Menschen in Kontakt treten müssen, um zum Beispiel ja, einfach zu arbeiten oder selbst in der Uni. Also das allein schon da ist die Kommunikation anderen wichtig und da muss man damit klarkommen, dass nicht jeder das Gleiche denkt wie man selbst. Und da darf man einfach, also das ist für mich ein Zeichen von sozialer Inkompetenz. Und natürlich ist es viel, viel einfacher, das online zu machen und vielleicht trollt mich da auch nur jemand, das ist natürlich auch klar. Aber das ist, ja, es spricht schon sehr dafür, dass hier drei, ich glaube noch ein Kommentar von der Person, dass hier drei Kommentare kamen und die nachher auch noch gelöscht wurden. Ja, dass hier offenbar jemand wirklich an das glaubt, was er da gerade gesagt hat. Gut. Dritter Kommentar. So. Das kommt die Begründung, warum er die Kommentare gelöscht hat. Alles klar? Nee, ich stelle Folgen ganz hinter meinen Aussagen. Allerdings wollte ich nicht, dass deine Kommentare, die du darunter geschrieben hast, irgendwo im Internet stehen bleiben und deswegen habe ich sie gelöscht. Kannst du mich jetzt bitte in Ruhe lassen? Ich möchte nämlich nie wieder was von dir hören oder sehen, deine Intoleranz macht mich krank. Danke. Ja, im Prinzip einfach nur noch mal eine Steigerung von dem, was eh schon passiert ist. Er will nicht, dass ich in irgendeiner Weise mit ihm assoziiert werde, weil dann würde es ja dieser Schmutz, den ich ja offenbar an mir habe, weil ich Teil von irgendeiner Gruppe bin, die er jetzt nicht konkret genannt hat, würde ja im Prinzip auf ihn übergehen dann, weil er mit mir kommuniziert hat. Wir sind jetzt eigentlich gerade schon auf Kult- und Fanatiker-Level, muss ich ganz klar sagen, also wo die unsauberen Gruppen und Massen, die müssen von mir ferngehalten werden, weil der Kontakt allein schon mich ebenfalls infizieren könnte oder zumindest in Anschein erwecken könnte, ich würde in irgendeiner Weise mit diesen Leuten reden und oh mein Gott, am Ende bin ich selber noch Sexist oder Rassist oder was auch immer. Sehr interessant, lieber Tio Yishwa, wie auch immer, diese Kommentare haben wirklich sehr geholfen, die konstruktive Kritik hat mich wirklich weitergebracht, ich habe darüber nachgedacht und werde jetzt meinen Channel deswegen löschen. Nein, tut mir leid, das zeigt eigentlich nur, dass du selbst nicht in der Lage bist, die Ideen, die du ja offenbar hast und mit Herzblut vertrittst, dass du nicht in der Lage bist, sie zu verteidigen und entweder spricht das jetzt gegen dich als Person, dass du das nicht kannst oder nicht willst, oder dass einfach die Ideen, die du hast, ja, vielleicht doch nicht so gute Ideen sind, wie du vielleicht denkst. Ja, jetzt habe ich fast eine halbe Stunde gequatscht, bin mehrfach vom Thema abgekommen, habe nur drei Kommentare von einer Person anschauen können und mache jetzt einfach mal hier Schluss und würde das Ganze einfach auf ein längeres Projekt beziehungsweise eine neue Serie im Prinzip auslegen, wenn euch das Ganze denn gefallen hat. Das heißt, lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr so ein Format interessant findet, wenn ich einfach nur frei rede und mir zum Beispiel Kommentare angucke, die so unter meinen Videos gelassen werden und dann so ein bisschen was dazu erzähle, vielleicht so ein paar andere Gedanken mit reinbringe. Oder wenn ihr sagt, nee, das gefällt uns so gar nicht, das ist total schrecklich, du machst tausend Pausen und sagst 50 mal M, mach deine normalen Videos, kurz und knapp, mit Skript zusammengeschnitten, lass es mich wissen, seid konstruktiv oder seid nicht konstruktiv, ihr könnt mir auch gerne schreiben, dass ich ein sexistisches Arschloch bin, könnt ihr auch gerne machen, aber sagt mir, was ihr davon haltet. Dann kann ich nämlich ungefähr einschätzen, ob es sich lohnt, solche Videos öfters zu machen. Deswegen sage ich hier jetzt erstmal Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und wenn ihr mehr von mir lesen wollt zum Beispiel, könnt ihr auf meinem Blog vorbeischauen. Der Link dafür ist in der Beschreibung und dann kann ich nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Rand. Bis zum nächsten Mal.